Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Binary of Basic. Ich würde mal sagen, wir legen auch direkt los. Mal gucken, ob wir heute erfolgreicher sind. Oh ne, das finde ich schon mal schon kriegt. Alza, komm, nee, dieses Spiel macht Aggressionen. Allein schon? Ne, ne, warte. Ah, Mann. Ich sag, ich werde das Spiel so lange spielen, bis ich es durch habe. Es ist mir scheißegal, wie lange das da war, ey. Oh, wir sind Spinnen, Mann. Töten, ey. Mann. Oh, nicht schon wieder die Viecher, ey. Kratz, einfach ab. Das ist mir wohl ne Scheiß. Das Spiel würde sich auch denken, es ist so schlecht, dass wir ihnen jetzt so einen leichten Gegner geben. Gebeißen die Viecher nicht. Ja, komm, stirb einfach. Oh, ich krieg ein Herz, wenn ich es nicht brauche. Oh. Teleport. Okay. Ich glaube, mein Kumpel hat mir mal gesagt, dass ich das nicht verwenden soll. Es sind ja solche Viecher. Ja, das Spiel würde sich wirklich denken, ich bin so scheiße. Genau in dem Moment, wo ich Scheiße gesagt habe, ist das Scheiß auf mich kaputt gegangen. Was für ein Zufall, nicht? Los, töten wir das Ding einfach und weiter geht's. Oh, ein Schlüssel. Ja, das Spiel denkt sich wirklich, ich bin so schlecht. So, gehen wir in den nächsten Raum. Ja, Pinn, den mag ich. Gegensatz zu Duke of Lies. Kann ich kotzen bei dem, ey. Ohne Scheiß. Ich mach keine andere Taktik bei dem, ey. Das wirkt wirklich. Immer einfach nur nach links und nach rechts gehen. Wenn ich noch ne Bombe hätte, ey. Schlecht. Schlecht. Los, lass dich was besseres einfallen. Das ganz genau. Dass du was besser kannst. Ich glaube zumindest. Oh, die Hälfte haben wir schon von unserem Leben abgezogen. Schlecht. Ach komm. So, den finde ich bis jetzt mal einfach. Ne, mag ich ja auch. Aber nicht zu Duke of Lies, Mama. Spuck auf Leben und Tökel, ey. Beschissens Viecher, ey. Los. Los. Warm, Junge. Ich will gerne mal leben, wenn ich's nicht brauche. Box. Ist ja Lul. Namspür. Pürs. Pürs. Cool. Okay. The Basement 2. Bia, tschüss. Lol. Nein. Eine goldene Tür. Wenn man die aufschließen muss, dann muss man mit Zahlen, ne? Ja, ich hab nur einen Dollar. Es lohnt sich nicht, da reinzugehen. Oh, ich hasse diese Köpfe. Ah, shit, ey. Wir gehen das Spiel jetzt mit Taktik vor. Warm, Junge. Ach, leck mich. Jetzt gehen wir jetzt nicht mehr mit Taktik vor. Oh, ey, ich stirb einfach. Verdammt, ey. Oh, ich hasse fliegen, ey. Ich hasse diese dermaßen. Oh, Gott. Stirb einfach. Nee. Nee, das sehe ich nicht. Oh, Mann, ey. Stirb. Stirb, Digga, stirb. Stirb. Nee, leck mich. Leck mich einfach. Jetzt mal ganz herrlich. Wie mich diese Viecher aufregen. Oh, Mann. Komm her. Warm, Junge. Ah, ich brauche Leben. Und kein... Moment mal. Ist mir egal, ich habe nur noch ein halbes Leben. Was habe ich da zu verlieren? Oh. Da muss man doch nichts kaufen. Ah, ich brauche Leben. Und nichts anderes. Hoffentlich kommt wieder Pünden. Er wird nicht wiederkommen, das weiß ich, aber... Ich sehe es jetzt schon krumm, dass die Viecher sowas von beschissen sind, ey. Der wirft jetzt sehen, das ist ja Lul. Nein. Bitte ist da Leben drinne. Ich habe bitte gesagt. Soll ich zum Endpost gehen oder erst da rein? Oh. Feuer soll man immer ausmachen, ne? Soll ich die Pille nehmen? Ja, komm. Okay, und was hat das... Es war anscheinend eine schlechte Pille und ich hatte vorhin eine gute Pille, also ist das sozusagen ein Ausgleich, ne? Ne? Nein. Go. Oh, nein. Oh, bitte. Bitte lauf mich so schnell. Stirb einfach, stirb. Oh, ich habe nur noch ein halbes Leben. Oh. Ha. Geh. Oh, nein, 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 nein. Shit. Geld. Mann. Direkt eine goldene Tür. Hoffentlich ist da was Gutes drinne. Number one. Pisst der oder warum befriedigt ihn das? Oh, Geld. Ja, solche Level wünscht man sich. Also, Räume. Kann man da nicht so weit schießen, oder was? Wieso schießen die Viecher auch so... Oh, nee. Oh, Mann, ey. Ich könnte wieder Leben gebrauchen. Sag ich mir das Geld schulen, ja. Wo sprengen wir das hier einfach hier? Sollen wir da durchgehen? Ich weiß es ja nicht. Seine Reichweite ist wirklich niedriger geworden. Ist ja richtig scheiße. Monstro. Äh, hatte ich das Ding schon mal? Ja, hatte ich. Ja, hatte... Ah, nein. Verpüßt die Einwahrung, Peter. Peter? Nein. Komm. Oh. Das Ding soll ich einfach verpissen, wenn es mir ohne Mist ist. Ein Glück ist, das Ding ist nicht so stark. Oh, Gott sei Dank. Mmmh, Fleisch. Das ist Basement 2. Ich frage mich, wie lange wir gebrauchen haben, um das Spiel durchzuspielen, ey. Mindestens 100 Folgen, meiner Meinung nach. Feuer, Scheiße, ausmachen, ausmachen, ausmachen. Ach, das erinnert mich gestern, falls einer von euch The Walking Dead geguckt hat. Ihr könnt es ja mal in die Comments schreiben, wie ihr die Folge fand. Also, ich fand die sowas von beschissen, ey. Also, nichts ging so Walking Dead. Ich liebe die Serie, aber die Folge war gestern einfach nur zu langweilig. Also, meine Meinung nach, war das die schlechteste Folge ever. Ah, die schon wieder die Spinnen. Die gehen jetzt schon auf den Piss. Ah, ich laufe da auch noch rein, die Spartaner, ey. Ein goldener Raum. Forever alone. Nein. Shit. Explodieren einfach, explodieren, explodieren. Scheiße. Aber nicht, wenn ich dabei bin, explodieren. Du Dödelkopf. Ah, what the fuck. Das Ding muss endlich leben, oder was? Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt töten wir die Spinnen. Und ich habe anscheinend eine Skype-Nachricht bekommen. Und wenn diese Skype-Nachricht interessiert, ist das nicht so. Ja, soll ich die Tür öffnen? Nee. Lassen wir mal. Falls nachher goldene Räume kommen, wenn ich überhaupt zu weit komme. Ah, die Spinnen, die gehen mir auch auf den Piss. Zwei auf einmal. Yay. Immer Scheiße auf den Zerstörern. Immer Scheiße auf den Zerstörern. Immer Scheiße auf den Zerstörern. Okay. Das ist immer ein Raum. Yay. Los. Nein. Oh, nein. Nicht dieses Viech. Oh, Mann. Stirb einfach. Komm, stirb. Ich hasse dich. Du, Emu. Stirb. Kotz nicht andauernd fliegen. Ernährlich gesund. Komm, 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 komm. Stirb einfach. Stirb, 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 stirb. Damn, Junge. Puh. So das Ding war noch Magic Gate Ball Was bringt das? Ich weiß es nicht Drücken wir gleich mal im Kampf auf Q The Caves won Muha Gehen wir nach rechts Scheiße Komm Ich hasse Ich hasse nicht fliegen so dermaßen Ich hasse Nee Hau Der Joker Okay Ein Pils Geil What the Was bringt das? Was das? Das sind so Ah You own lock Ja Wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet Wenn das mal tolle Nachrichten Scheiße Was hab ich da getan Oh ne ich glaub Tim hat mich Ich mein ein Kumpel von mir hat mich sogar davor gewarnt Oder? Ja ein Kumpel hat mich davor gewarnt Aber ich Backen musste das ja nehmen Ey Oh nein Es kann nicht gut gehen Es kann echt nicht gut gehen Es kann echt nicht gut gehen Was hat das für eine behinderte Bombe? Was hat das für eine behinderte Bombe? Was hat das für eine behinderte Bombe? Das war echt scheiße Ich hab noch sieben Leben Ach ein Herz für einen Dollar Ah ich spartan Dankeschön Scheiße Ah man Jetzt kann ich das Level normal anfangen Das schaff ich ganz bestimmt nicht Nur mit einem Herz Das gehen wir jetzt klüger vor Danke für ein Herz Isaac vs. The Hollow Bitte sei wie Pinn Bitte Nein natürlich bist du nicht What the fuck Holy Eigentlich bist du gar nicht so brutal Und meine Aufregung war gerade Scheiße Wir haben noch 5 Versuche Also 5 Leben Let's go Isaac vs. The Hollow Irgendwie rege ich mich Bei jedem Bei jedem verdammten Gegner auf Obwohl die gar nicht so gefährlich sind Und das hier recht überschaubar Oh scheiße ey Recht überschaubar Vielleicht muss man sich in die Ecke stellen Kommen die in die Ecke hin? Ich weiß es nicht Probieren wir es einfach Aber diese Folge wird extrem lang ey Ohne Mist jetzt Die kommen nicht in die Ecke hin oder? Nein Scheiße doch Scheiße doch Mann Das Ding war schon so klein Ah noch 3 Leben ey Oh man 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 Nein Bleiben wir mal ähm ernst Ja ernst natürlich Hey Caramba Es kann doch gar nicht mehr schwer werden Dann bin da nur ein Vieh Oh 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 Bam Junge Was ist das? Squeezie Ach Squeezie hatte ich schon mal Oh ein extra Leben Danke Hä was ist denn das für ein Raum? Da gehe ich ganz bestimmt nicht rein The Caves 2 Mal gucken wie weit wir hier kommen So weit bin ich noch nie gekommen Also ich muss schon sagen Oh scheiße Äh nein ich muss schon sagen Ich bin etwas besser geworden Aber nur etwas Und Oh nein Die haben ja Flächenschaden Ja Flächenschaden Ich spiele viel zu viel COC Fällt mir gerade auf Wow Scheiße Matchstick Beer Was ist das? Ich weiß es nicht Oh eine Tür Ist das ein BH? Ja das ist ein BH Okay Deswegen immer Scheiße auf den Kopf Schießen Ach man ey Hätte ich das vorher nicht eingetauscht Oh shit Nein Bitte kommen da keine Spinnen raus Ich hab bitte gesagt Komm Boah das ist ja ne extrem lange Folge Jetzt mal ohne Mist What the Als ob ich so schnell tot war Was soll der Scheiß Stirb einfach Schlecht 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 Oh nein nein Aber heute bin ich ziemlich weit gekommen Das muss man zugeben Ich würde sagen Das war's für die heutige Folge Ciao Ciao